Ja, hallo zusammen. Also es ist so, dass ich zwar in Wuppertal geboren bin, aber in Wermelskirchen groß geworden bin und dann vor 17 Jahren der Liebe wegen wieder nach Wuppertal gekommen bin, seitdem auch hier wohne und das inzwischen nach einer doch deutlichen Eingewöhnungszeit allerdings echt gerne. Wir leben in Katernberg und da fühlen wir uns auch inzwischen superwohl. Die Josefine wird da jetzt groß und die Nachbarschaft ist toll, die Umgebung ist toll, da ist viel grün und daher finden wir Wuppertal echt klasse.